Hallo und Willkommen zu einer Runde COUNTERS 2 Global Offensive. Mit dabei sind... Der Destroyer 2x Und Dead 2x Genau, wir gehen Terror Gut, auf Fernphase Terror for the win Wenn das die NSA hören würde Boah, bin ich jetzt scheiße gewesen Ich geh oben rum, also rechts oben Meine Maus fiel sich so nicht an Boah, ich hab direkt hier Low HP und direkt tot Ah, ich hab ein Bot Hat jemand Info? Am Humvee ist einer Wow Letzter? Wo ist der Letzter? Uns fort glaube ich Ne, der ist am Humvee, draußen Guck mal drauf So Hippi Aua Komm, hast du aber Input-Lag im Gehirn gehabt So fast 2 Sekunden später So fast 2 Sekunden später Aua Ah, passiert Ne, ne, ne Ich hab das nicht Irgendwie bin ich heute nicht so Es gibt doch nur Hinter euch kommt gleich einer Ich weiß wie du da seid Einer On-Spot Letzter On-Spot Zwischen On-Spot Und Tunnel Ausgang Also T-Ausgang Sag ich mal Vom Loch Ersteckt sich hinter der Kiste Direkt rechts in der Kiste Gut Das war jetzt eigentlich voll Paraden Position Aber Ja Obwohl ich hätte es Ich hätte es wissen können Weil der hat mich da getötet Und ja Denn, ne Klar Eigentlich müsste man auch hier So machen wie bei Matchmaking Ja, es war wirklich Ghosting Aber auch ohne Auch ohne Ghosting Haben wir die Bombe hier weggeworfen? Die hab ich denn geworfen Auch wenn wir nicht geghostet hätten Hätte er verloren Oh ja Naja Hm? Wo sind die denn? Wow In erster Richtung gekillt Verdammt On-Spot Ich hab einen Ein- Ein-Hit Ein-Hit Und einer hat den Sehr schön Weil Geh-Gaterteam haben alle 60er, 70er Pringen Obwohl einer hat 20er Ihhh, jetzt mit der blöden Schrotze Let's go, let's go! Boah, Mann! Richtig läuft das bei mir grad! Richtig krass! Nein! Egal, ich hab die nächste Waffe! Besser die Pistole als die Schrotze, ey! Die Maus fühlt sich irgendwie schwammig an! Let's go! Dann tu was dagegen! Ja, ich weiß nicht was! Ja, er geht mir natürlich direkt! Diege zwei Schuss hintereinander! Ist doch klar! Der eine hat böse von mir gekriegt! Zwei gegen zwei! Alle tot! Der letzte ist irgendwie beim Tunnelausgang! Ja! Ja! Das ist ein Wallhack oder so! Der hat mich gehört! Bin ich ziemlich sicher! Ja! Aber trotzdem 150 Stunden! Obwohl er hat 106 Spiele! Okay! Hat er nicht gehört! Wer so viele Spiele hat, wird er wahrscheinlich nicht cheaten! Boah! Da bin ich schlecht! Blende! Ah! Von dem! Ja! Mautor ist der letzte! Haben wir die? Ja! Ja! Souverän Leute! Souverän! Jetzt habe ich die Russen Wasserpistole! Ich habe meine schöne Glock! Water Elemente! Oh, der ist auf die Blender scheiße. Boah, bin ich scheiße. Einer vom Hambi, Einer und Spot. Oh nein, das war grad kein Ge-Ghosted, das war noch die Kill-Camp. Ja, ja. Das ist ja alles okay. Ich bin am Matchmaking gewohnt, immer sofort die Position durchzusagen, wenn man das weiß. Einer vom Hambi, On-Spot. Vorsicht, einer ist oben lang. Einer am Hambi, einer oben an Mauer. Immer noch oben, einer. Wo ist der letzte, Mann? Weiß nicht, ich brennte. Ich glaub da der Tunnel ist der. Also... Genau da. Gut gemacht. Sehr schön, Mann. Langsam kommen die Skills wieder. So langsam. Yay, die Stat-Track. Go-Time. Gut, let's go. Wieder die Flash. Oh, die Granate auf Doom. Aber die Granate war schön, muss man mal zugeben. Die Flash. Die Flash, oder was? Egal, der ist voll... Egal, der ist voll... Egal, der ist voll... Egal, der ist voll... Ah, da kommen da noch zwei. Ja, aber komm, was soll ich sagen? Was macht der Kollege hier? Ich hab keine Ahnung was der macht. Oh, der hat echt den Diffusen aufgehört? Der hat's gerade... Und der andere ist irgendwie... Der ist ja orientiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy, easy. Ah, ich soll den Wickel voll ausmachen. Easy, easy, game of my life. Du hast es ja schon geschafft, Marco. So. Grab your gear, let's go. Wer hab ich angewässert? Ich. Ich. Immer wieder gern. Einer oben durch. Und durch? Ja. Schon durch. Oh, sieben Schuss, sieben Schuss. Okay. Oh, der Marco. Läuft bei mir gerade. Läuft. So. Ich hab ne Nate. Da werf ich mal direkt drüber. Jo. Keine oben. Uuh. Drei. Na gucken, vielleicht schaff ich eins. Der letzte ist oben. Ah, der letzte ist oben. Ah, na wo? Oh. Hä, noch nicht? Ne. Tatsache, der war doch oben. Da hatte ich richtig... Fast steckt weg, deine Junge. Der hat bestimmt... Ich weiß, was er gemacht hat. Der war an der Treppe und ist wieder hochgegangen. Ja, ja. Der fiese Brücke. Und da kommt der Schlinger, Alter. Scheide mit uns. Ja. Do not be afraid. Let's go. Einer. Ab Schuss. Schöne ich das? Jo. Einer unten. Ganja. Ich werde messern können eigentlich. Alfa ist immer er runter. So. Wenn die mal die Fresse halten... Und da gibt's ne joinsce. Ich werde mal sagen, in unserer nächsten Folge, ich bedanke mich meinen Destiin und Drex. und bis zum nächsten Mal. Ciao.